Schönen Fußboden Schönen Fußboden Schönen Fußboden die Höhe hier. Das war eh zu weit, wa? Ja, so. Ich fasse jetzt mit dem Land mehr so. Ich würde es halt ganz gerne und ab da und dann in einer anderen Farbe und hier die Wand lasse ich mir, wo ich die meisten Farbe übrig habe, aber jetzt weiß ich nicht. Nehmen wir die Wand, aber dann ist der Bereich wieder zu klein, glaube ich. Die Couch. Ungefähr hälftig. Also doch der dort. Bis dahin. Euch haben sie ins Wohnzimmer geschissen. Ach, scheiße. Na, Gott sei Dank habe ich den noch nicht gekauft. Na? Ich schau. 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 Also ich glaube, die Musik würde sich wirklich zum Renovieren richtig gut eignen. Ich denke, was das damals für einen Sackgang war, wo ich umgezogen bin. Jetzt mussten wir ja die ganzen Tapeten und alles abgucken. Und unser Vorgänger hat dort eben noch Assi gemacht. Da hat dort einfach nur, also der vor mir drin gewohnt hat, eine Schicht über die Anträge geklebt und nochmal eine Schicht drüber und nochmal eine Schicht drüber, aber die alten Schichten hat er halt nie abgemacht. Mein Vermieter wollte dann halt kahle Wände haben und da hat man gut zu tun. Okay. 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 Ich glaube, ich werde dann auch so langsam das Spiel mal wechseln. Das ist halt bloß so richtig, was wir dann zocken könnten. so langsam das Spiel mal wechseln. ein bisschen im Football Manager rein, schauen was sich jetzt mit der Vollversion noch geändert hat. Ob da noch irgendwas krasses passiert ist. Aber ich schätze mal, da werden sie eh bloß das, was so an Wachs gewesen ist, das was wir ein bisschen gefixt haben. Da die Wand, die wollte ich erstmal lassen, gucken ob da wegen einer Farbe, ob wir davon irgendwas zu viel oder zu wenig haben. Aber das scheint eigentlich alles sehr gut. Das ist genug zu sein. Hier könnte es ein bisschen knapp werden. Ich glaube vom Kackebrauen haben wir mehr, dann machen wir die paar... Das sieht mir halt bald ein bisschen aus, als ob ich da noch zumindest einen hier mit Kackebrauen. So gefällt mir das bald besser. Und wenn es halt nicht ganz mittig ist, oh egal. So, wo ist denn euer Scheißhaus, Leute? Ich habe es euch versprochen, es kriegt Dauer. So eine Drecksfarbe haben wir. Scheiße, ich kann den Fußboden damit nicht streichen. Das ist natürlich uncool. So, wie sieht es denn aus wie bei Zimmern? 92 Prozent, was fehlt denn da noch? Achso, da wo wir jetzt gerade mit Kackebrauen gestrichen haben, da wollten die doch noch irgendwelchen Bummelfands haben. Fenster reinigen. Fenster reinigen, okay. Die sind gereinigt. Die sind gereinigt. Es ist gereinigt. Ja, die sind gereinigt. Ich kann jetzt mal die Kackebrauen. Ich könnte mal wieder hinein, was du schon mal gesehen hast. dann hätte ich da auch nichts dagegen liegen so Da kann man mal irgendwo was rumstehen. Aber ich glaube die anderen Farben haben wir ja relativ zeitnah verkauft. Wo-oh. Okay. Aber so zum Chillen ist das eigentlich ein richtig cooles Spiel. Da brauchst du viel nachdenken. Aber auf Dauer ist es halt dann doch ein bisschen eintönig. Da gehen wir mal hier hinaus. Alles schon und beenden. Gucken wir mal was ich alles installiert habe. Hätte doch hier irgendwo so ne Kategorie wo ich nur die installierten. Aber dann machen wir das gleich mal so. Hier hatte ich glaube ich auch noch mehr reingeguckt. Deutsch ist es Micromanagement. Ich würde mir das mal rein ziehen. Rein. Wir sehen wie lange wir hier hängen bleiben. Und dann würde ich sagen wenn wir dann dabei die Lust verloren haben können wir immer noch ein bisschen Football Manager oder irgendwas zocken. Ich glaube es wird so langsam dunkel hier drinnen. Es ist erst 15 Uhr kurz verflucht. Oh ja bitte bleibt so klein. Ähm. Äh. Vollbild. Ähm. Warum? Was soll die Scheiß? Warum wird das nicht größer? Als er möchte最後 waren. Habcji!